Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. Servus, ich bin Hans Friedl, Landtagsabgeordneter aus dem oberbayerischen Alling. Meine Spenden gehen an das Behindertenwohnheim Dominikus-Ringeisenberg in Gernlinden, die Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck und die Gnadenkapelle Altötting. Beim Waldkindergarten Don Bosco in Gämmering hatten Vandalen einen Bauwagen zerstört. Kinder und Erzieherinnen haben sich deshalb sehr über das Geld zur Reparatur gefreut. Außerdem habe ich die Tierauffangstation Maisach und die AWO-Tafeln in Gilching und Mühldorf unterstützt. Euch allen wünsche ich weiterhin viel Erfolg und danke für eure wertvolle Arbeit. Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion.